Wir widmen uns heute den Diagramm in PowerApps, eines der von euch am häufigsten nachgefragten Themen. Und in PowerApps haben wir insgesamt drei Diagrammarten. Wir haben das Säulendiagramm, das Liniendiagramm und das Kreisdiagramm. Und im heutigen Video schauen wir uns die Eigenschaften der einzelnen Diagrammarten an. Wir schauen uns an, wie wir unsere Diagramme mit Datenquellen, wie zum Beispiel einer Sammlung oder einer Sharepoint-Liste, verbinden können. Außerdem gruppieren wir unsere Daten, um zum Beispiel eine Summspalte in unseren Diagrammen anzeigen lassen zu können. Und zu guter Letzt machen wir unsere Diagramme interaktiv, sodass wir beispielsweise einen Datensatz in einem Bearbeitungsformular anzeigen lassen können, sobald wir auf einen Teil des Diagramms klicken. Oder wir filtern eine Tabelle, sobald wir auf unser Diagramm klicken. Also, los geht's! Hallo und schön, dass du hier bist. Wir starten in einer App und hier fügen wir uns mal die Diagramme ein. Wir gehen dazu auf Einfügen und dann haben wir die Gruppe Diagramme. Hier sehen wir unsere drei Diagrammtypen in Power Apps. Außerdem gibt es noch die Power BI Kachel. Damit können wir uns Power BI Diagramme und auch ganze Dashboards in unsere Apps holen. Darauf gehen wir jetzt in diesem Video nicht ein. Wir schauen wirklich, welche Diagrammarten wir nativ in Power Apps haben. Und da beginnen wir mal mit dem Säulendiagramm. Ich klicke da einmal drauf, das wird eingefügt. Und dann mache ich es ein bisschen größer, gehe nochmal in die Strukturansicht. Und hier sehen wir, dass jetzt eine Gruppe eingefügt wurde. Wir haben insgesamt drei Steuerelemente. Wir haben die Legende hier unten. Da ist die wichtigste Eigenschaft eigentlich die Items-Eigenschaft. Wenn ich die mal anklicke, dann sehen wir, beziehen sich die Items in der Legende auf unser Column Chart 1. Die Serious Labels. Das ist also dynamisch. Je nachdem, was wir hier als Labels ausgewählt haben, kriegen wir das auch in unserer Legende angezeigt. Außerdem haben wir den Title. Das ist ein Beschriftungsfeld, das wir hier auch verändern können. Und dann haben wir das eigentlich für uns Interessante, das Column Chart, also unser Diagramm. Und dort schauen wir uns jetzt mal die verschiedenen Eigenschaften an. Dazu gehen wir rechts in unser Eigenschaften-Fenster. Wir haben zuerst mal oben die Elemente. Wenn ich hier draufklicke, dann wird das immer im Eigenschaften-Editor links oben ausgewählt. Das sind die Items. Und hier haben wir eine Column Chart Sample hinterlegt. Eine Tabelle mit Testdaten. Die können wir uns auch anschauen. Wir haben vier Spalten in dieser Test-Tabelle. Area, City, Density und Population. Und wir könnten gleich auch mit unterschiedlichen Spalten aus dieser Tabelle arbeiten. Dazu gehen wir mal weiter in den Eigenschaften. Wir schauen uns zuerst mal den Raster-Stil an. Aktuell ist es nur X. Das heißt, wir sehen eine Beschriftung der X-Achse. Wir können auch nur die Beschriftung der Y-Achse aktivieren. Und wir haben ebenfalls die Möglichkeit, beide Beschriftungen zu aktivieren. Also alle. Dann sieht unser Diagramm so aus. Außerdem können wir den Marker ein- oder ausschalten. Der ist aktuell ein. Wenn wir den ausschalten, dann verschwindet die Zahl, die auf unseren Säulen drauf ist. Wir können einen Elementabstand festlegen. Wenn wir den zum Beispiel mal auf 10 Pixel festlegen, dann ist da ein Abstand zwischen den einzelnen Säulen. Wir können die Anzahl der Reihen festlegen. Wenn wir hier zum Beispiel mal 2 festlegen, dann sehen wir nicht nur die Area, sondern auch die Density der einzelnen Städte. Wir schauen uns gleich auch noch an, wie wir darüber ein bisschen mehr Kontrolle bekommen, was wir hier angezeigt bekommen. Außerdem können wir den Mindestwert für die Reihe festlegen und auch einen Höchstwert. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel mal sagen 50, dann sehen wir beginnt die Y-Achse erst bei 50 und wir können zum Beispiel mal sagen, das geht nur bis 150. Das macht vor allem dann Sinn, wenn wir zum Beispiel Ausreißer nicht anzeigen lassen wollen in unserem Diagramm. Ich setze beides jetzt nochmal auf 0 und dann schauen wir uns mal die Beschriftungswinkel an. Also das ist für unsere X-Achse, können wir jetzt zum Beispiel mal 30 Grad sagen und dann ist der Text hier drunter nicht mehr so stark angewinkelt. Dasselbe können wir bei der Y-Achse machen. Wenn wir das mal auf 15 setzen, dann sehen wir, ist das hier leicht angewinkelt. Die sonstigen Eigenschaften, die wir hier jetzt noch sehen im Eigenschaftenfenster, sind Standardeigenschaften, die die meisten Steuerelemente haben. Deswegen springen wir hier einmal zu den erweiterten Einstellungen und schauen uns die an. Wir haben hier ein On-Select-Event, also wir können die Aktion abfangen, wenn wir auf dieses Diagramm draufklicken und dann zum Beispiel Code ausführen. Außerdem sehen wir jetzt hier unten, dass wir das Label festlegen können und auch die Serienelemente. Aktuell ist das Label auf City gesetzt. Wir haben Area, Density, Population für die Serien. Und wir haben ja aktuell zwei Serien ausgewählt. Wenn wir jetzt statt Area die Population haben möchten, dann klicken wir hier einmal drauf, wählen Population aus und dann sehen wir, in unserem Diagramm wird Population und Density angegeben. Außerdem haben wir in den erweiterten Eigenschaften die Möglichkeit, die Farbe zu verändern von unseren Säulen. Und das finden wir, wenn wir ein bisschen weiter nach unten gehen, im Item Color Set. Ich klicke hier mal drauf, dann öffnet sich hier jetzt ein größerer Array. Ich klicke hier mal auf Item Color Set. Dann wird das in Eigenschaften Editor ausgewählt und wir sehen das in der Bearbeitungsleiste. Das ist ein bisschen einfacher zu sehen, finde ich, was hier passiert. Und zwar haben wir hier einen Array. Das sehen wir an den eckigen Klammern. Das heißt, wir haben hier eine Liste, getrennt mit Semikolons verschiedener Farben. Und die werden dann abwechselnd genutzt, um zum Beispiel die verschiedenen Serien anzuzeigen. Und wir haben hierüber komplette Kontrolle. Also wir können alle Farben mal wegmachen, haben dann nur noch eckige Klammern und können dann zum Beispiel sagen, Color.Green. Und dann sagen wir, die zweite Farbe soll Color.Red sein. So, dann sehen wir, werden die Säulen hier unterschiedlich eingefärbt. Wir schauen uns jetzt neben unserem Säulendiagramm mal das Liniendiagramm an. Dazu klicken wir hier einmal drauf. Schon mal vorweg, das Liniendiagramm ist sehr ähnlich zum Säulendiagramm. Deswegen können wir das relativ schnell uns einmal anschauen. Und zwar gehen wir auch hier in das Eigenschaftenfenster. Wir sehen in der Strukturansicht auch hier, dass wir für das Line-Chart ebenfalls drei Steuerelemente eingefügt haben. Für uns ist relevant das eigentliche Diagramm, also Line-Chart. Auch hier, wir haben die Elemente, wir haben den Rasterstil, also wird nur die X-Achse beschriftet, nur die Y-Achse, keins oder beide. Wir sehen den Marker. Der funktioniert hier ein bisschen anders. Wenn ich den auf Aussetze, dann sehen wir die Punkte der einzelnen Datensätze nicht mehr. Nochmal auf 1, dann sehen wir die wieder. Und ansonsten können wir hier die Anzahl der Reihen festlegen, der Series, den Beschriftungswinkel, Höchst- und Mindestwert. Und dann haben wir auch unsere anderen Standard-Funktionalitäten in den Diagrammen. So, außerdem haben wir noch ein Kreisdiagramm und dazu dupliziere ich mal den aktuellen Bildschirm. Bildschirm duplizieren. Und auf dem Bildschirm nehme ich mal die beiden Diagramme raus und füge ein Kreisdiagramm ein. Das funktioniert leicht anders im Vergleich zu den anderen beiden. Und wir gehen einmal in die Strukturansicht. Ich mache das auf. Auch hier wieder, wir haben die Legende, wir haben das eigentliche Diagramm und wir haben das Beschriftungsfeld. Und wir gehen jetzt mal auf den Pie-Chart. Und hier haben wir als erste Eigenschaft das Herausziehen oder auf Englisch Explode. Und wenn wir das mal auf etwas Größeres setzen, wie zum Beispiel 30, dann sehen wir jetzt, gehen die einzelnen Elemente in unserem Diagramm, in unserem Kreisdiagramm, die kriegen da einen Abstand. Wir setzen das jetzt nochmal auf 0. Dann haben wir hier Beschriftungen anzeigen. Aktuell sehen wir im Kreisdiagramm daneben schon immer die Beschriftung. Das können wir wegmachen, sodass das nur über die Legende beschriftet ist. Wir können es wieder auf 1 stellen, denn wir können auch die Position der Bezeichnung verändern auf Inside oder Outside. Outside war der Standard. Außerdem haben wir hier die Stärke des Segment Rahmens. Den können wir mal hochsetzen auf zum Beispiel 15. Dann sehen wir, haben wir jetzt hier einen stärkeren Rahmen. Wir können auch die Rahmenfarbe mal verändern, damit wir das gut sehen. Wenn wir es auf Rot setzen, dann sehen wir, was hier wirklich der Rahmen ist. Und dann können wir das nochmal auf Weiß setzen. Und 2 war es vorhin. So sieht dann unser Kreisdiagramm aus. Jetzt möchten wir natürlich nicht nur mit diesen Standard- oder Beispieldaten arbeiten, sondern auch mit unseren eigenen Daten. Und dazu schauen wir uns erstmal an, wie wir unsere Diagramme mit einer Sammlung verbinden können, wenn du mehr zu Sammlungen erfahren möchtest. Ich habe da schon mal ein ausführliches Video dazu gemacht mit auch einem kostenlosen Download für eine Hilfs-PDF. Das Video verlinke ich dir rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Wir gehen nochmal auf unseren anderen Bildschirm drauf. und da füge ich mal einen Button ein, eine Schaltfläche, über den wir dann unsere Sammlung erstellen möchten. Den Button mache ich ein bisschen höher, damit man es gut lesen kann. Und im OnSelect Event dieses Buttons füge ich jetzt den Code ein, um eine Sammlung zu erstellen. Den Code findest du auch auf meiner Webseite. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Wir nutzen hier die Clear-Collect-Funktion, um eine Collection-COL-Einnahmen zu erstellen. Da sind fünf Datensätze drin, die haben alle dieselben Spalten. Wir haben die Auftrags-ID, Firmenname, Datum, Status, Betrag und die Bezeichnung. Und wir führen das einfach mal aus. Alt-Taste gedrückt halten, auf den Button klicken. Jetzt gibt es diese Collection. Das können wir uns auch einmal anschauen. Doppelklick auf COL-Einnahmen. Hier mal ausklappen. Und dann sehen wir, haben wir unsere fünf Datensätze hier drin mit den sechs Spalten. Und wir möchten diese Daten jetzt nutzen, um unser Diagramm zu befüllen. Und wir sagen jetzt hier einmal, wir gehen auf unser Linien-Diagramm. Ich gehe vielleicht mal über die Strukturensicht da drauf, auf Line-Chart. Auf die Elemente. Und in den Elementen, also in der Items-Eigenschaft, hinterlegen wir jetzt COL-Einnahmen. So hieß diese Collection. Jetzt sehen wir schon was. Wir gehen mal auf erweitert und wählen hier mal das Label aus. Wir sagen mal, wir möchten das Datum sehen, auf der Y-Achse. Und in der Series soll der Betrag sein. Und dann sehen wir den Betrag, je nach Datum. Und wir sehen jetzt auch zum Beispiel, dass am 1.7. mehrere Einträge sind. Und häufig ist es dann so, dass wir die zusammengruppieren möchten. Und das schauen wir uns auch noch im Laufe dieses Videos an, wie wir das machen können. Vorher schauen wir uns aber auch noch an, wie wir unsere Diagramme mit externen Datenquellen, wie zum Beispiel einer SharePoint-Liste oder einer Excel-Tabelle, verbinden können. Dazu habe ich schon mal eine SharePoint-Liste erstellt. Die sieht so aus. Wir haben hier fünf Spalten drin. Die Titelspalte, Datum, Betrag, Lieferant und die Kategorie sind hier Ausgaben. Und wir möchten jetzt diese Ausgaben in unser Diagramm reinholen. Dazu gehen wir mal auf unser Diagramm. Wir machen das mit unserer Column-Chart, also unserem Säulendiagramm. Gehen hier auf die Elemente und dann haben wir rechts einen Dropdown. Da klicken wir drauf und können hier Verbinder wählen. Wir können hier Excel auswählen oder für das heutige Video wählen wir SharePoint aus. Gehen auf die SharePoint-Umgebung, auf die genaue Webseite. Bei mir ist das das Power-Apps-Team. Und dann hieß diese SharePoint-Liste Ausgaben. Und dann verbinden wir das Ganze damit einmal. Wir müssen die jetzt nochmal auswählen. Unsere App ist verbunden damit, aber noch nicht unser Diagramm. Wir klicken hier einmal drauf. Und schon ändern sich die Werte hier drin. Und wir gehen auch hier mal in Erweitert und nehmen mal als Label ebenfalls das Datum und dann den Betrag. Wir setzen auch mal die Anzahl der Reihen auf 1. Ich nehme mal den Winkel raus bei den beiden Beschriftungen und mache das vielleicht ein bisschen größer, damit wir das gut sehen können. So. Und aktuell sind diese Datumswerte noch nicht sortiert. Also wir sehen hier 1.7., 2.7., und dann 19.7. und 13.7. Das möchten wir einmal anpassen, damit wir auch so ein bisschen ein Gefühl bekommen, wie wir mit diesen Daten arbeiten können für die Diagramme. Wir gehen in die Elemente, in die Items-Eigenschaft. Und hier können wir jetzt die Sort-Funktion nutzen. Wir sortieren die Ausgaben nach dem Datum. Und das ist dann automatisch aufsteigen. Jetzt müssen wir die Serien noch mal festlegen. Wir haben hier als Label, wählen wir das Datum aus und wir haben den Betrag. Und jetzt sehen wir, sind diese Werte hier aufsteigend sortiert in unserem Säulendiagramm. Außerdem möchten wir in dem Diagramm noch arbeiten können, sodass wir das interaktiv gestalten können. Und zwar zum Beispiel möchten wir für die App jetzt mal mit F5 aus einen Datensatz auswählen können und diesen Datensatz dann wirklich in einem Bearbeitungsformular angezeigt bekommen. Und dazu gehe ich hier noch mal raus. Ich nehme mal die Legende raus. Die brauchen wir nicht. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Ich ziehe das mal ein bisschen weiter nach links oben. Und dann fügen wir uns mal ein Bearbeitungsformular ein. Das verbinden wir mit unseren Ausgaben. Und dann ziehe ich das Ganze einmal ein bisschen nach unten. So. Die Anlagen können wir einmal rausnehmen. Und jetzt möchten wir hier den ausgewählten Datensatz von oben angezeigt bekommen. Und dazu fügen wir uns mal ein Hilfsbeschriftungsfeld ein. Und zwar können wir den Datensatz hier oben auslesen, indem wir auf das Steuerelement gehen. Auf Column Chart 1 Punkt Selected. Das ist jetzt der komplette Datensatz. Und hiervon sagen wir jetzt zum Beispiel mal, dass wir uns das Datum auslesen lassen möchten. Also gerade ist 1.7. ausgewählt. Ich wähle mal den am 14.7. aus. Und das funktioniert. Und wir können uns hier nicht nur das Datum ausgeben lassen, sondern auch zum Beispiel die ID. Das ist der eindeutige Identifikator in der SharePoint-Liste. Und diese ID, die können wir nutzen, um unser Bearbeitungsformular zu befüllen. Und zwar gehen wir da mal in die Items-Eigenschaft. Und dann sagen wir hier, das Item, das standardmäßig ausgewählt sein soll, finden wir über die Lookup-Funktion. Wir schauen in unserer SharePoint-Liste Ausgaben, dass die ID dort, also der Wert in der Spalte ID ist gleich von dem Column Chart 1 Punkt Selected Punkt die ID. Klammer zu. Und dann sehen wir, kriegen wir jetzt hier diese Werte hier rein. Ich wähle noch mal einen anderen Wert hier raus. Und dann sehen wir, verändern sich die Werte im Bearbeitungsformular. So können wir dann Datensätze auswählen und dann bearbeiten oder zum Beispiel herauslöschen. Wie all das geht, habe ich schon mal in einem eigenen Video gezeigt, das ich dir rechts oben und auch unten in der Videobeschreibung verlinke. Und jetzt möchten wir unsere Diagramme weiter ausgestalten, so dass wir zum Beispiel Datumswerte aufsummieren können über einen bestimmten Tag. Und dazu gehen wir in unser Kreisdiagramm noch mal rein, auf den anderen Bildschirm. Wir verbinden auch das Kreisdiagramm mal mit der SharePoint-Liste Ausgaben und wählen jetzt hier mal einen Wert aus. Und zwar möchten wir das über die Kategorie machen. Ich zeige das einmal noch in der SharePoint-Liste. Wir haben hier eine Auswahlspalte Kategorie und wir möchten jetzt sagen, wir summieren alle Beträge in einer bestimmten Kategorie auf. Und dazu möchten wir jetzt erst mal als Label Kategorie wählen und wir sehen, dass wir das nicht sehen. Denn wir können hier keine Auswahlspalte auswählen als Label. Und um das möglich zu machen, dass wir hier die Kategorie reinbekommen, gehen wir auf unsere Items-Eigenschaft von unserem Kreisdiagramm. Und wir arbeiten hier mit der AddColumns-Funktion. Das fügt eine Spalte hinzu, zu der Ausgangstabelle Ausgaben. Und dann sagen wir, wie soll diese Spalte heißen? Wir nennen die Kategorien den Wert. Denn wir brauchen von der Kategorien-Spalte, dort möchten wir den Value haben, aus unserer Auswahlspalte. So, Klammer zu. Das hat jetzt schon funktioniert. Wir gehen mal auf Erweitert. Als Label können wir jetzt diesen Kategorien-Wert hier auswählen. Ich klicke da einmal drauf. Das hat funktioniert. Allerdings ist das hier noch nicht aufsummiert. Das heißt, wir sehen hier jetzt jeden einzelnen Datensatz und häufig möchten wir das aber aufsummieren. Und deswegen schauen wir uns auch einmal an, wie das Ganze funktioniert. Dazu nutzen wir die Group-By-Funktion. Zur Group-By-Funktion habe ich schon mal ein ganz eigenes YouTube-Video gemacht. Das ist hier rechts oben und auch unten in der Videobeschreibung verlinke. Wir nutzen hier Group-By und sagen, wir nehmen diese ganze Tabelle und die soll nach dem Spalten-Namen Kategorien-Wert soll die gruppiert werden. Und jetzt müssen wir dieser neu erstellten Tabelle einen Namen geben. Wir nennen das GRP-Ausgaben, also Group-Ausgaben. Klammer zu und wir können uns das Ganze mal angucken, wie das aussieht. Und zwar haben wir hier unsere GRP-Ausgaben. Da ist die komplette Tabelle drin, die wir gerade auch hatten und haben hier unsere Spalte-Kategorien-Wert. Und wir möchten ja jetzt hier noch die Summe bilden über diese neue Gruppe. Und das machen wir mit einer neuen Spalte. Wir sagen also hier vorne dran nochmal Add Columns von dem Ganzen. Wie soll diese Spalte heißen? Wir nennen das Ganze Kategorien Summe. Und was ist der Ausdruck? Wir nutzen hier die Sum-Funktion Sum von unserem GRP-Ausgaben. Und die Spalte, die wir aussummieren möchten, ist der Betrag über diese einzelnen Gruppen. Okay, Klammer zu, nochmal Klammer zu für die Add Columns-Funktion. Und jetzt sehen wir hier, haben wir hier die aufsummierten Gruppen. Also wir haben noch Bürobedarf, EDV und Transport. Und auch hier möchten wir jetzt mal auslesen können, was die BenutzerInnen hier auswählen. Deswegen wählen wir auch hier nochmal ein Beschriftungsfeld, ein Hilfsbeschriftungsfeld. Und wir gehen hier auf unseren Pie-Chart1.selected. Und dann können wir hier den Kategorienwert auswählen. Der ist aktuell leer. Ich klicke hier einmal drauf. Dann kriegen wir EDV, Transport und Bürobedarf. Und diese Information hilft uns, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Tabelle filtern möchten, nach der Auswahl in unserem Diagramm. Und dazu fügen wir uns einfach mal eine Tabelle ein. Wir finden die im Layout, eine Datentabelle. Wir verbinden die mit unseren Ausgaben. Ich gehe dazu hier mal in das Dropdown. So. Jetzt haben wir hier all unsere fünf Datensätze aktuell drin. Und wir möchten das jetzt filtern. Und zwar können wir das filtern. Wir sind in der Items-Eigenschaft, nutzen Filter auf die Ausgaben und sagen hier, dass der Wert in der Spalte Kategorie, also Kategorie.value, soll gleich dem Wert vom Pie-Chart1.selected.kategorienwert sein. Klammer zu. Wir führen das aus. Das ist jetzt schon mal gefiltert. Wir wählen EDV aus. Und dann sehen wir, kriegen wir hier eine andere Filterung der Tabelle. Und falls du mehr dazu wissen möchtest, wie du Tabellen in Power-Apps filtern kannst, nach einem Datumswert, einem Textwert, einer Auswahlspalte oder einer Personenspalte, dann schau dir gerne mein Video dazu an.